Viele von Ihnen dürften es kennen. Mit dem Jahreswechsel kommen auch immer Fragen und womöglich sogar Streit um das Thema Resturlaub auf. Eine Frau aus Nordrhein-Westfalen ist deshalb sogar vor das Bundesarbeitsgericht gezogen. Sie hatte über die letzten Jahre 101 Urlaubstag angesammelt. Der Anspruch darauf ist aber nicht verjährt. Das hat das Gericht nun in einem Grundsatzurteil entschieden. Ein Urteil, das vor allem die Arbeitgeber stärker in die Pflicht nimmt. Und was das genau bedeutet, diese Frage gebe ich an die Rechtsanwältin Dörte Leopold weiter. Frau Leopold, welche Verpflichtungen hatten denn die Arbeitgeber bisher in Bezug auf den Urlaubsanspruch ihrer Angestellten? Die Arbeitgeber waren schon länger dazu verpflichtet, ihren Arbeitnehmern deutlich vor Augen zu führen, dass Urlaub verfallen kann, wenn er nicht rechtzeitig beantragt und genommen wird. Durch das jetzige BAG-Urteil wurde konkretisiert, was passiert, wenn der Arbeitgeber dieser Verpflichtung nicht ordnungsgemäß nachkommt. Und was bedeutet dieses Urteil jetzt genau? Das BAG hat entschieden, dass Urlaubsansprüche nicht automatisch nach drei Jahren verjähren, sondern dass diese Verjährung erst dann beginnt, wenn eine ordnungsgemäße Information durch den Arbeitgeber erfolgt ist. Das heißt, der Arbeitgeber muss sagen, hier ist dein Urlaubsanspruch, bis dahin musst du ihn nehmen, ansonsten wird er dir verfallen. Das muss der Arbeitgeber vor allem auch in einer Situation machen. In der das tatsächlich auch noch möglich ist, also nicht erst kurz vor Ablauf des Urlaubsjahres. Gibt es dabei bestimmte Formalien, die der Arbeitgeber einhalten muss? Wichtig ist, dass er das rechtzeitig tut, am besten am Anfang des Jahres. Weil am Anfang des Jahres kann ja der Arbeitnehmer dann entscheiden, ich habe so und so viele Urlaubstage, die möchte ich dann und dann nehmen. Ich stelle meinen Antrag, ich lasse den genehmigen und dann ist es ja dokumentiert, dass er in der Lage war, diesen Urlaub zu nehmen. Der Arbeitgeber sollte das auf jeden Fall schriftlich oder in Textform machen, damit er es im Nachhinein auch nachweisen kann, wenn es zum Streit kommt. Gibt es jetzt aber auch Sonderfälle, zum Beispiel bei einer Langzeiterkrankung eines Angestellten? Bei einer Langzeiterkrankung eines Arbeitnehmers, der das ganze Jahr durchgehend erkrankt war, ist die Situation ein bisschen anders, weil der Arbeitgeber ihn ja gar nicht auffordern kann, Urlaub zu nehmen. Weil während einer Erkrankung kann er keinen Urlaub nehmen. Insofern gilt für Dauerkranke, die das ganze Jahr über krank waren, dass ihr Urlaubsanspruch am 31.03. des übernächsten Jahres, das heißt nach 15 Monaten, verfällt. Drohen dem Arbeitgeber jetzt Strafen, wenn er seiner Informationspflicht nicht nachkommt? Der Arbeitgeber wird zwar keine Strafe bekommen, aber er hat natürlich ein ganz erhebliches finanzielles Risiko. Wenn er nämlich seinen Arbeitnehmer nicht ordnungsgemäß aufklärt und dieser dann über viele Jahre Urlaubsansprüche ansammelt und am Ende des Arbeitsverhältnisses gibt es Streit, dann kann eine ganz empfindliche Zahlungsverpflichtung auf den Arbeitgeber zukommen und das sollte er tunlichst vermeiden. Vielen Dank, Frau Leopold. Gerne. 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 Vielen Dank.